Wann machen eigentlich Zughilfen Sinn? Zughilfen machen, wie der Name schon sagt, bei allen Zugübungen Sinn, wo ihr den Unterarm wirklich rausnehmen wollt. Das heißt, bei Kreuzheben, bei Ruderbewegungen, damit ihr euch wirklich gut auf den Rücken fokussieren könnt. Wenn ihr die Griffkraft trainieren wollt, dann machen Zughilfen natürlich keinen Sinn. Zughilfen auch immer gegen den Uhrzeigersinn wickeln, nur so halten sie wirklich gut beim Wegziehen. Wenn ihr sie im Uhrzeigersinn wickelt, dann wegzieht, rutscht euch die Stange direkt raus. Und für mehr Tipps für diesen Folge mehr.